Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 unter Griesbach. Mit dabei haben wir die Standardbesetzung, den Sokudaki. Hallo. Hallo. Ja, sind wir da da? Jo. Und ich kann es kaum glauben, ich habe den ersten Anhänger mit, wie heißt das? Zuckerrohr. Aber hinten dran. Das läuft super, ne Jungs? Das läuft bestens hervorragend. Habt ihr irgendwie finanziell zum letzten Mal was geändert? Habt ihr was abgegeben noch? Wir haben die Mission noch fertig gemacht mit den Dreschern. Ja. Wir hatten ja beim letzten Mal Sonnenkuchen und Mais getroschen. Ah, okay. Wir haben noch fertig gemacht. Was hat das ungefähr gebracht finanziell? Sonnenlos. Ist auch nicht eine gute Frage. Nicht übermäßig, oder? Boah, es kam gut was runter. Wir haben ziemlich viel durch den Erntekrieg. Wo waren wir denn letztes Mal? Die ganzen so 60.000 haben bestimmt gemacht, oder? Okay, sehr kurz Zeit. Ja, ich glaube, wir haben neue Mods mit draufgenommen. Vier Stück, drei Stück? Äh, zwei Updates und Precision Farming mit dem Klaas Sensor. Und der Sensor läuft auf 45. Also wir haben jetzt Precision Farming drauf, oder was? Genau. Sehr gut. Und ich bin falsch gefahren. Bist du gleich wieder da? Dann suchen wir es gleich voll. Du, äh, nö. Ja, so. Perfekt, ich mach Pause. Ja, okay. Das dauert ein bisschen, ne? Ich fahr starrer. Ja, und? Da ist halt bei... Oh Gott. Oh Gott. Da ist halt bei 41 Feierabend. Und ich hab mich verfahren. Ich bin halt, ich bin halt nicht von hier. Ich hoffe, oben... Du hast noch einmal links, wenn da rechts... Ja. Und an der Stelle, wo man gerade ausfahren könnte, bin ich links gefahren. Naja, gut. Dann passest du halt den Straße entlang und nicht das Feldweg quer durch. Richtig. Also ich bin eigentlich, wenn ich alles richtig gemacht. Geht's hier rein? Ja, hier geht's rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und das kippe ich jetzt einfach ab, weil das... Na ja, also... Ja. Gibt ja prinzipiell kein Abkippen, ne? Es gibt halt einfach nur Mach oder Lass. Genau. Na, mal testen. Oh, warte. Ähm. So? Ja. Ah ja. Naja, es wird leerer, also... Solange es da ankommt, so soll es. Ich sehe auf alle Fälle kein Heu für ihn. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Und wir kriegen kein Geld, von daher bist du am richtigen Punkt. Naja, siehste. Wobei die... 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 Die Mechanik schon eigentlich gut ist, ne? Ja. Von dem Ding, also kann man nicht jammern. Ja, die sind an sich nicht so schlecht, das stimmt. Aber warum hat man das nie gemacht? Kann ich dir sagen. Weil die Ernte... ... jetzt nicht so wahnsinnig toll ist. Aber ist es denn das... ... bei Kartoffeln oder Maishäckseln... ...besser, oder? Ich brauche nicht so wirklich. Wenn man es jetzt mal ganz trocken sieht. Du fährst hoch und runter. Ja, das ist überall das Gleiche. Ja, im Prinzip schon. Wenn es danach geht. Aber... A, du hast eine sehr begrenzte Arbeitsweite. Ja. Du bist an so einem Feld echt lange zugegangen. Und wie wir eben festgestellt haben, so richtig schön weit rausfeuern das Zeug geht auch nicht. Also schon sehr dicht zu fahren, ne? Ja, ja, gut. Okay, das stimmt wohl. Ich bin echt lange dabei. Aber was ich rausgefunden hatte, ist... Und das ist tatsächlich wirklich so. Du kannst ja in den Dingern auch Silage transportieren, ne? Ja, das haben wir schon mal gemacht, ja. Und dann auch überladen mit den... Das ist auch gut. Ich glaube nur, das macht keiner mittlerweile. Also jeder nimmt ja irgendwie einen Silage-Wagen, Abschiebwagen oder was noch alles. Ja. Aber theoretisch könntest du wirklich dann auch einen anderen Trailer abladen und sowas. Ja, prinzipiell... Und die sind die ganz praktisch. Für Schüttgut ist es eigentlich tip top, ne? Also da kann es ja nicht jammern. Ja. Auch das Überladewagen, perfekt. Was wollten wir eigentlich auf die 45 drauf machen? Ich würde frage, ob wir da auch noch Mais drauf schmeißen oder... Wir haben uns von... Die 49 haben wir Mais, ne? Ja. Genau. Das ist das einzige Feld. Ja. Das ist ein bisschen mau, oder? Ja, dann auf die 45 auch noch Mais. Also, wenn wir nichts anderes brauchen, würde ich sagen, ja. Oder brauchen wir irgendwas ganz wichtig für die Kühe? Mais. Gut, dann ist das entschieden, glaube ich. Ja, Mais, Mais. Und schick den Gruber da einmal auf. Ja, das ist eine gute Idee. So, ich bin auch schon gleich wieder da, Daki. Da können wir auch direkt weitermachen. Irgendwas wollte ich jetzt noch fragen. Jetzt habe ich es aber vergessen. War wohl sehr wichtig. Ja, gut. Wir haben ja letzte Woche, vielleicht könnt ihr euch schwach daran erinnern, haben wir über die Müllermilch gesprochen, ne? Ja. Heute mache ich den Kühlschrank auf, ist eine Müllermilch drin. Muss Magie sein. Also, die ist sonst nie drin, ne? Und heute waren drei Stück, ne? Also, dann habe ich gefragt, warum? Und dann so, war ein Angebot. Ich so, ah ja. Das ist aber schon ein sehr, sehr komischer Zufall. Sehr, sehr komischer Zufall. Das war ein Lauschangriff? Ich hoffe nicht, dass meine Videos geguckt werden. Oh Gott. Ich bin da, Daki, ne? Ah ja. Ich bin auch da. Wollen wir fahren? Ja, du, äh. Es ist... So, ähm. Grüße. Es hat mit VCA noch nicht so richtig geklappt. Ach so. Mhm. Mhm. Jetzt gut. Jetzt, ja? Okay. Da eventuell was stehen gelassen. Nein. Kann man Zuckerrohr auf die Tiere stehen lassen oder fressen die das einfach nicht? Hm, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Da kommt man ein bisschen drauf rum, ne? Ja, was ist denn? Also Zuckerrohr ist ja... Was wird daraus gemacht? Zucker, oder? Hm, ja. Oder ist das mehr so eine Art Sirup-Zeug? Du fragst Sachen? Ähm, äh, ja. Das kann bestimmt jemand beantworten. Sehr schön interessant, weil normalerweise sagst du ja, du machst... Ach so, nee, das Zuckerrüben machst du ja auch. Äh, keine reine Zucker, sondern auch so ein Sirup-Zeug, ne? Ja. Hm. Ich hab immer das Bedürfnis, weiter fortzufahren, aber ich trau mir nicht. Ja, wenn das wieder nicht passt, dann geht da wieder nichts rein, ne? Und dann haben wir irgendwann die Mission abgeschlossen oder fertig fürs Feld und nicht abgeschlossen. Hä, das war auch ein dicker Arm, ey. Okay, meine Güte. Ja, und er ist langsam, ne? Kann ich ja leider per Hand nicht rumdrehen, dass ich ihn schon rumdrehen könnte auf die andere Seite. Aber warum wird das obere abgeschnitten? Ist das nur Deko, oder? Weiß es nicht. Naja, das ist wahrscheinlich dann ganz selber und wirklich das brauchbares Gewicht nur dann in der Stange drin, ne? Also in dem Ohr sozusagen. Würde ich jetzt mal behaupten, weil oben drauf ist das Grünzeug, kann man, glaube ich, nicht verwerten. Ne, nicht so wie bei der Maispflanze, weil die verbrauchst du ja komplett beim Häckseln. Ja. Außer du machst Körnermais, dann ist auch nur der Kolben, der genommen wird. Würde mal sagen, so wie es geht, ja. Das ist einfach eine Wissenschaft. Das sind halt die Pflanzen, die man so nicht kennt, ne? Oder hast du bei dir schon mal ein Zuckerrohrfeld gesehen? Du, ich sag dir ehrlich, ich bin schon bei so vielen Feldern vorbeigefahren, wo ich nicht gewusst habe, was das ist, ne? Also könnte alles dabei gewesen sein. Die berühmten norddeutschen Zuckerrohrfelder. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Tatsächlich habe ich eine Look gesehen über Reet und Reeternte. Das war sehr interessant. Also die bauen sich ihre Maschinen komplett selber aus, so Pistenraupen. Okay. Das ist jetzt schon in der dritten oder vierten Generation. Und dann, dass das Volk im Moor wächst, habe ich auch nicht gewusst. Das war echt spannend. Ich bin auch momentan, also nicht momentan, aber die letzten Jahre, kann man sagen, ein bisschen sehr auf den Geschmack gekommen von den Dokus. Also speziell jetzt, wo alles auf YouTube hochgeladen wird, ist das wirklich ein Träumchen? Ja. Da kann man Stunden mit verbringen. Ja. Oh ja. Aber ich gucke mir tatsächlich immer so Zeug an, was mich eigentlich nicht interessieren dürfte. Aber ich gucke es einfach gerne an. Also so, weiß ich nicht, klaren Reportagen über Deutschland und so weiter. Ich denke mir so, warum? Aber irgendwie ist das interessant. Ja. Guckst du dir auf YouTube auch diese Reels an, so wie TikTok die Dinge? Ne, 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 da bin ich so alt, glaube ich, für. Ich habe mir heute, ne. Abends im Bett dann nochmal so durchswipen und irgendwann ist es ganz spät. Ja. Ob das das Richtige ist für Spätabend, sie weiß es nicht. Ne. Aber ich habe gerade heute wieder eine Doku gesehen von 2014. Die machen ja immer so Re-Uploads. Und was war das? Irgendwie Mehmet Göka? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwas? Ach, das ist ja... Eieieieiei. Ich habe immer das Gute in den Menschen gehofft, ne? Heute wieder enttäuscht worden. Ja. Und das Geile ist halt auf YouTube, du hast halt... Also ich jetzt speziell, weil ich YouTube Premium habe, weil ich habe halt gar keine Werbung, ne? Also ich kann mir das Ding 40 Minuten lang komplett durchziehen, ohne Probleme. Ich habe Werbung zwischendrin, aber wenn ich es jetzt vergleiche, wenn ich das im normalen Fernsehen benutze würde... Oh ja, oh oh. A, ich kann es gucken, wann ich will und B, die Werbung ist halt um einiges kürzer und von daher ist das Schwimmer ein absoluter Gewinn. Das stimmt. Und was halt geil ist, ne? Wenn ich sage, ach, hier, ein Hüngerchen bedrückt mich, mache ich kurz auf Pause, hole mir was essen und dann geht es weiter, wenn ich will, weißt du? Ja. Das ist halt schon ein Luxus. Und da muss ich nicht, keine Ahnung, 19 Euro im Monat zahlen? Für... Ja, ich sage es nicht, aber... Für gewisse Dinge? Pety-Weser nur. Pety-Weser, na na ja. Ich hatte auch bis gestern nicht gewusst, dass es Disney Plus gibt. Echt nicht? Ne. Ist mir vorbeigegangen, also ehrlich. Ich bin voll by the way, voll verwollt. Hier haben wir gedacht, hä, was ist das? Warum? Und da mein Schwager das unbedingt haben wollte, weil da nicht viele Marvel-Serien drauflaufen, habe ich mir das dann in den Zusammenhang geholt. Also, ne, bloß lässt das ja sogar zu, dass man es dann für Familien sich holen kann. Und doch so ein paar Serien sind da drauf, also auch von Star Wars, hier, The Mandalorian. Das habe ich auch richtig angeguckt. Ich habe das auch alles schon einmal durchgeguckt. Ja. Alles? Oh Gott. Ja, also jetzt nicht die ganzen Star-Dinger, aber die ganzen Star Wars-Sachen und die ganzen Marvel-Serien. Die Filme und die Serie. Ich bin da absolut kein Fan von, aber das ist halt Geschmackssache. Jetzt vom Genre her oder von Marvel und Star Wars? Äh, ich glaube beides. Also bevor ich mir sowas angucke, gucke ich mir lieber irgendwie, keine Ahnung, Star Wars, Star Trek oder, oder, äh, keine Ahnung, Black Hawk Down an. Also ich bin halt irgendwie gar nicht so der Marvel-Typ, also überhaupt nicht. Mhm. Das ist mir, ne, da gucke ich mir, also da gucke ich mir wirklich lieber Werbung an. Naja, ich sag mal Avengers, die vier Filme. Überhaupt kein Reiz. Echt nicht? Ne, wirklich nicht. Dann ist die auch nicht mehr zuhelf. Ich weiß, ich weiß. Wie deiner, der mit dir sagt, danke. Ich hab mir da extra eine Timeline rausgesucht, also nicht, wann sie veröffentlicht wurden, sondern welche Reihenfolge die Filme spielen. Und dann hab sie da in der richtigen Reihenfolge geguckt. Ach, das ist ganz kompliziert. Von Marvel's Age zu Ruf Stilt, nur noch dazwischen geschoben, die Serie, weil die ja auch irgendwo zwischen den Filmschinen und Filme spielt. Ja. So richtig kompliziert. Wonder Woman, ne, kommt dann noch irgendwie zwischen, äh, Infinity War und Endgame. Und doch, glaube ich. Glaube, dass... Naja, da sind ja jede Menge, ich glaube, 16 Filme oder sowas sind das nachher. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Theoretisch müsstest du noch Deadpool gucken und Spider-Man Far From Home und Batman vs. Superman, glaube ich, auch. Irgendwie ist das bei mir vorbeigegangen, glaube ich. Ja, Nachholbedarf. Soll ich jetzt mal einen Abschlusssatz bringen? Ich hab' nicht mal Haus des Geldes gesehen. Oh nein. Echt nicht? Nee. Oh, Jungs. Mir wird immer berichtet und cool und geil und oh nein und, ne, aber nix. Also, nicht ein Bild, nicht ein Bild gesehen. Für mich ist eine der geilsten Serie in den letzten Jahren. Nicht schon. Wenn ich in den Sport gesetzt wurde. Dank. Ich muss mir irgendwie den Fuß brechen, damit ich mal Zeit hab' Fernseh zu gucken, vielleicht. Naja, wie auch immer, liebe Leute, für heute sind wir erstmal fertig. Wenn ihr auch solche, ist das Serien-Junkie? Kann man das so nennen? Ja. Wenn ihr auch so Serien-Junkie seid, schreibt gerne mal rein, was ihr so guckt. Aber Marvel ist absolut nicht meine Baustelle. Aber bitte, jeden Kind der Luftballon. Also, gönnt euch. Wie gesagt, für heute sind wir fertig. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.